Dennoch bieten Sie bereits erste Anhaltspunkte, worauf Sie bei Ihrer nächsten Präsentation besonders achten sollten, damit Ihre Rede positiv im Gedächtnis bleibt. Der nächste wichtige Punkt für eine einprägsame Rede ist natürlich die Wortwahl. Sie entscheidet maßgeblich darüber, ob Ihr Publikum Ihr Gesagtes eher positiv oder negativ aufschnappt. Und bleiben Sie auf jeden Fall immer höflich und vermeiden Sie kontroverse Themen wie Religion oder Tierversuche. Ansonsten könnte die Stimmung sehr schnell ins Negative umschwenken und das wollen Sie um jeden Preis verhindern. Immerhin soll es für alle ein aufschlussreicher Vortrag mit vielen neuen Erkenntnissen werden und kein Anlass für schwerwiegende Diskussionen sein. Damit Sie in keine Rhetorikfalle tappen können, folgen nun wichtige Rhetorik-Essentials, die Ihnen die Kommunikation mit dem Publikum erleichtern können. Rhetorik-Essentials Das Wort Rhetorik stammt aus dem Griechischen und bedeutet ins Deutsche übersetzt, in etwa so viel wie Redekunst. Schon in der Antike ging man davon aus, dass die Redefähigkeit dem Menschen von Natur ausgegeben wurde, damit er sich mit seiner Umwelt austauschen kann. Die Sprachwissenschaft unterscheidet zwei große Bereiche der Rhetorik. Zum einen ist dies die allgemeine Rhetorik, bei der es um die rhetorischen Sprechakte, die Systematik rhetorischen Sprechens und die dazugehörigen Regeln geht. Des Weiteren gibt es die angewandte Rhetorik, welche die Themenschwerpunkte wirkungsvolles Sprechen, sprachliches Verhalten sowie die Körpersprache umfasst. Rhetorische Sprechakte sind Behauptungen, die eine bestimmte Handlung nach sich ziehen sollen. Dazu zählen beispielsweise Befehle, Versprechen oder sogar Beleidigungen. Sprechakte sind Äußerungen, die entweder konkret zum Handeln auffordern oder die Lebenswelt eines Menschen aktiv verändern, entweder in eine positive oder sogar in eine negativere Richtung, die Schaden anrichten kann. Sprechakte sind Äußerungen. Sprechakte sind Äußerungen.